So, da sind wir wieder, Freunde. Willkommen zu Teil 2. Genau, frisch am Start. Der Gegner hat keinen Befehl erteilt, das ist komisch. Tja, ich auch nicht, aber egal. Was wollte ich mir gleich einsetzen? Tja, du bist down. Noch nicht. Ey, schon wieder Donner? Wieso kann das wie Donner? Das ist so dumm. Das ist halt cool. Kann das auch in echt Donner? Äh, ich weiß nicht, ob es richtig cool ist. Ich glaube nicht. Das ist voll fies. Tja. Der Schlag wurde abgewehrt. Der Schlag wurde abgewehrt. Der war ein Angriff, Fuß hier, nicht bei dir. Oh nein. Komm, einmal. Einmal hoch. Der geht daneben. Du hast so oft eingesetzt. Egal. Oh, scheiße. Das ist mein Kampfesrausch. Trauen für... Es geht zu Boden. Was mit... Was zum... Versteht das einer? Abwaten. Ja. Der schon wieder? Oder die? Die schon wieder? Alter, ist halt hier fett, oder war das halt gerade gesehnt? Aber richtig. Ey, es reicht doch mal eigentlich aus. Alter, du triffst so oft... Oh, hat aber nicht so effektiv ausgesehen, war? Hm. Eierbombe. Ach, da stecken. Äh, Brony? Äh, krass. Fies. Ja, eh, mal noch und du musstest platt sein. Nee, nee, nee. So. Ähm. Markus, erzähl mal. Also, ich finde eigentlich, Pokémon ist eine sehr geile Spielereihe. Ja, stimme ich zu, voll und ganz. Ja, ey, hör auf! Hör auf! Voll reingewirkt. Nein! Oh! Oh, Nidoking ist zu blöd. Ey. Das ist so ein fettes Ziel, ja? Ja. Und tschüss, man! Finale. Quatsch! Pantenschar. Genau. Na gut. Oh, voll Überroller. Okay. Gut, was packe ich denn jetzt hier aus? Mal gucken. So, Marcel, mach Bekanntschaften mit einem meiner Lieblings-Pokémon. Warte, du hast zwei? Ja. Oh, mein Gott. Es ist weiblich. Wie tanzt der denn? Der Ernst. Obwohl ich vorhin nicht hinauf zurück wollte. Ihr müsst wissen, Markus ist ein extrem kranker Pokémon-Zocker. Ja, doch. Nicht wahr? Ja. Sag ihm, warum. Na gut, ich hab die Feuerbote-Edition bis zum Anschlag wirklich durchgespielt. Das heißt, 999 Stunden und 59 Minuten. Weiter zählt's nicht. Weiter wird nicht gezählt. Nein. Na gut, Markus. Pass auf mir eine. Wir haben noch beide drei Pokémon. So. Drachenwut. Drachenwut. Aber dauert wohl auch eine Weile. Blaues Feuer. Oh. Halt, Heirass. Einfach zu flüschig. Flüschfaktor. Eierbombe. Ach komm, das funktioniert jetzt nicht mehr. Das ist voll übel. Oh, ey. Ja, richtig übel. Voll wenig, abgezogen. Ja, sehr cool. Ich hab nicht so lange gezuckt. Aber ist egal. Was hast du eigentlich doch für Lieblings-Pokémon, die man jetzt leider hier nicht nehmen konnte? Äh, ja! Das ist schön. Aber Drachenwut und so'n Scheiß. Was ich noch cool finde, von der dritten Generation? Rutterlander. Ach ja? Ich mag Metagross. 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 Sag erst mal Hallo zu auch einem meiner Lieblings-Pokémon. Magneton. Magneton finde ich richtig hässlich und scheiße. Wo ist ein billiges Ufo? Ja. Da muss ich mal auf jeden. Das ist so ein ganz altes Realmen-Spiel, so ein Lernspiel. Da gab es einen Gegner, der sah auch aus wie Magneton. Wo er so ein komisches Ufo und Magneten. Echt? Ja. Dumm. Da war einer wohl Ideenarm. Okay. Tu es. Tu es. Ja, ich tu es. Aber was? Na gucken. Der dürfte so schlappen. Beide sind bereit. Beide sind bereit. Windhose? Du hast keine Hose an. Tja. Boah. Oh. Ey. Das ist nicht sehr effektiv. Nee, das ist doof. Was? Tja, es hat Angst. Voll fies. Aber Drachen sind ja nicht sehr effektiv gegen Stahl. Hm. Und das schon gar nicht. Okay, Elektro nicht. Du wirst verlieren. Du. Okay, okay. Oh, ey. Jetzt guck mal auf. Aber das ist ja auch nicht effektiv. Drachen sind völlig scheiß Viecher. Und Bäm. Schliiits. Hier läuft ja ziemlich suboptimal. Wie ein Kumpel von mir sagen würde. Das war geil. Tja, Margot. Das macht dich bei... Du bist doch paralysiert. Oh nein. So, Waffe gegen Elektro. Was denn? Oh nein. Mit einem Schrei. Mit einem Schrei. Donner. Ach, komm. Zsch, 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 zsch. Oh, ist das Scheiß. Das ist Begoner Stahl. Mann, ich will gewinnen. Ich kann ja nicht immer verlieren in der zweiten Letz-Battle-Runde. Stern, schau mal. Kann man ja bald als Tradition ansehen. Gegen Robi habe ich auch verloren bei Mario Kart. Zweimal. Oh nein. Und schön fruchteln. Oh. War es nicht so der Bringer? Der Angriff fand ich gerade cool. Marcel muss ich mal fragen. Und deswegen, tschüss man. Hä, warten. Was hältst du von den neuen Editionen, die jetzt angekündigt wurden? Ah, die neuen Editionen. Black and Wild. Ach, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt das Video angeguckt, da war ich ein bisschen skeptisch. Ja, da gab es komische Videos. Aber am besten wir erst dich überraschen. Ja. Aber ich sage mal, Nintendo hat bisher eigentlich noch keine richtige Edition an Sanctisast. Genau. Daher. Pokémon ist sowieso ultimative Zugpferd von den die Menschen schaukeln. Ja, da werden sie wohl nicht so rechtfertig. Das mag ich dir erstmal voll fertig hier. Ach so, das ist nur Fuchtlein. Tja, du bist noch an Fuchtlein gebunden. Tschüss man. Ein dicker Boker. Mit Herz. Das hat nur wenig Schorn, ey. Der scheiß Sprecher, ey. Fuchtlein, da bist du gleich verwirrt. Oh. Ein schwacher Treffer. So Marcel. Jetzt holen wir mal den Himmel. Den Vogel vom Himmel, wollte ich sagen. Oh nein. Na toll. Mit ein bisschen Elektrizität. Oh, das ist wie sein Anfall. Was macht der denn das schon wieder? Mann. Er stößt Luft von sich. Hat er noch keinen Schaden, das Vieh? Verdammt. Kurz. Wieso denn das denn nicht? Ähm. Ach maaaan. Das ist ein Vorteil. Jetzt reicht's. Wieso fängst du an? Ey, ich bin ein Vogel-Pokémon. Ich hab voll viel Initiative wert. Voll fies. Reini wirkt. Auf die Bretter. Scheiße. Ich hab bloß noch ein Pokémon. Oh nein. Und es ist ein Elektro. Schon wieder. Zu Süden. Dein Triple Magnetilo-Team. Oh, du hast noch drei? Ja. Oh, du hast ja noch so viele. Den kann ich ja schon wieder vergessen, ey. So, was machen wir jetzt? Verdammt. Naja, ist halt's. Ah ja. Voll fies, ey. Watz. Was ist das? Knacks. Das hat nicht viel genutzt, Markus. Ich glaub, ich hab noch gar nicht alle meine Pokémon gezeigt, oder? Nein. Ich werd mal ein bisschen ne Rundschau machen. Wieso geht denn nicht so neben? Okay, was hab ich noch in so meiner Pokotasche? So, Marcel. Was willst du tun? Ich werd da mein eins meiner Lieblings-Pokémon vorzeigen. Ach, bist du so sicher, ja? Ja. Voll fies. Ich lass jetzt mal den Kuhl raushängen. Oh, nein. Ich bin zwar auch schon übelst Adi-Schlag, aber... Tja, den letzten Donner trifft, bist du tot. Tschüss. Ach, den steck ich ein. Ich hoffe doch. Schlitz. Das war gut. Puh, wie ist noch... Werde ich hier mit Ehre verlieren? Okay. Hm? Ich weiß, was ich tue, Marcel. Okay. Na toll. Jetzt sind wir dem Spieler ein Ende. Nein. Scheiße. Ich muss gewinnen. Ich muss gewinnen. Das wird nix. Nicht mit Elektro. Los, töte ihn jetzt. Volltreffer und dann ist gut. Kopf, die Spei raus. Er ballert mich mit Sternen zu. Och, Mann. Das hat gekützelt. Aber bist du nicht eigentlich verwirrt? Ich hab vorher ausgewechselt. Oh, nein. Darum geht das Spielchen wieder von vorne los. Tja. Was ist geschehen? Der Angriff war nicht gerade effektiv. Kaffee muss in der Attacke, ey. Sonst ist ja alles nicht effektiv bei dir. Oder hat nicht mal Wirkung. Ja, Austin, kriegen wir noch down. Nach zwei musiken Angreifen ist er down. Komm, Volltreffer, Knogger. Nee. Doch. Wie wäre es damit? Na, das war richtig schön schlecht. So, Marcel. Hä? Dass ich mir nicht selbst wieder in den Knochen reinziehe. Och, nein. Mann, ich hab so eine schöne Chance, das 1 zu 1 eventuell am Ende Finale. Scheiße. Pschschschsch. Der ist so richtig fit. Meine Laptek. Sein dummen Anfall da. Los, mach Volltreffer und sofort tot. Nee, nee, nee. Nicht. Nicht. So, ich glaube hier. Aber doch. Ein Volltreffer. Zieh den schon rein. Verdammt, ey. Los, komm. Besieg ihn. Ja, ich besieg dich schon. Och, Mann, ich hab so viel zu hören an. Nein. Warum? Ja, das ist nicht so effektiv. Toll, jetzt wird er doch noch. Mist. Töte ihn. Boom. Hi, 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 hi. Ist gemein. Ey, gewinn ich jetzt noch mit so viel Kaffee? Nein, klappt nicht. Es bleibt spannend. So. Jetzt bin ich aber Muckensausel. Nein, überlebt er noch. Nein, jetzt kommt ein Ende im Gelände. Schönes Finisher. Nein, ich hab verloren. Ich hab gewonnen. Hat sich aber doch ziemlich knifflig ausgezögert. Der Kampf ist vorbei. Und der Sieger steht fest. Ja, okay, Markus, du hast gewonnen. Dafür hast du mich ziemlich bei Smash Bros. abgezogen. Ist das wie mein, ey. Meine schönen Pokémon. Naja. Ich war der untere Spieler. Ich sag mal tschüss. Sonst überziehen wir hier wie der gute Thomas Gottschalk. Ja, also ich will sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, Leute. Hat Spaß, ihr macht schön Let's Battle. Wir sehen uns nochmal. Ciao. Tschüss. Tschüss.